...innen der Künste und Besinger von Helden. Helden wie Herkules. Baby, du meinst Muskeles. Dem würde ich am liebsten bei Nacht begegnen. Unsere Geschichte fängt eigentlich lange vor Herkules an. Vor vielen Jahrtausenden. Da war die Welt noch neu. Und Mutter Erde ging es nicht gut. Denn die Titanen packte einer Blinder kalte Wut. Das war ja egelhaft. Der ganze Dreck war echt ein Problem. Es hat gewebt, geschüttelt, ja, das Chaos war extrem. Sagst du, Schwester, dann kam der große Zeus. Mit einem Blick allein ein Knall. Sperrte er die Raudis ein. Total und alles Böse bis dabei ins Gras. Und jedes Wort ist krass, klasse, ah, das ist kein Spaß. Und dieser Zeus macht Sitz. Yeah, Baby. Ein junger Held, ein Prachtexemplar. Und wenn du noch nicht überzeugt bist, jedes Wort ist wahr. Und so ein Superstar lebt auf dem ULM das ganze Jahr. Und wenn du noch nicht überzeugt bist, jedes Wort ist wahr. Und so ein Superstar lebt. Und so ein Superstar. 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 Und so ein Superstar.